Hey ho Leute und willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest. Der Hedy ist auch wieder dabei in der Flugmaschine, ist er gerade unterwegs und darf gleich den Schwenkischwenkischwenkisch reden. Ja, jetzt ohne Umschweife schwenken wir mal ein bisschen hier. Seid ihr aufgeregt? Kein Problem. Wir stehen alle hinter euch und drücken feste die Daumen. Ja, mehr macht der Blödmann auch nicht hier, als uns hier zu nerven mit den Quits. Wir machen jetzt Lock Jaws Beute. Yay. Wie lautet der Name dieser Welt? Ich hab immer noch keine Ahnung. Düster Schlucht, Alt Traumgarten oder Heiner Schlucht? Sicher? Gut, aber ich hab noch eine freie Flyer. In wie viele kleine Wespen bricht die große Wespe am Ende dieser Welt? Hä? Äh, meint die nicht? Moment, letzter Welt, oder? Ja. Fünf. Gut, aber ich hab noch eine Freie Flyer. Ist ja voll der Assi, ey. Ja, voller Blödmann. Wie heißt der coole Surfgong, der Chef einer Fluggesellschaft ist? Ein Chef einer Fluggesellschaft, deine Mama, Alter. Guck mal, Concorde. Ha, 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 ha. Funky, natürlich. Wir haben heute einen Gewinner. Hey. Yay. Das Spuckspiel. Ja, das Spuckspiel. Äh, wie heißt der windige Wald-Level? Windiger Wald? Hauch der Kremlins. Hauch der Kremlins. Sturmwald. Das Parfum. Hey, das war ja richtig clever auf. Hier passt die nächste Freie. Wie viele Wespen summen auf der Inselkarte um das Wespennest? Wespennest. Vier. Was? Oder? Keine Ahnung, da ist eine Wespe. Auf der Weltkarte. War eine Wespe? Ja, war im Kremland. War an der Wespen? Drei. Oh, stimmt. Genau hier die nächste Freie. Wie lautet der Name der Kremlin-Insel, auf der ihr euch gerade befindet? Kroko Island, Kroko-Insel oder Kroko-Land? Kein Schimmer. Äh. Kroko-Insel. Mepo. Nein. Alles richtig, das war ja echt super. Ja, danke, ich weiß. Und das ist das Given Game. Ja, gebraucht. Welcher dieser Level-Namen kommt nicht im Spiel vor? Der zweite. Äh, Krokodilkessel, tiefes Kroko-Insel. Kroko-Insel, oder? Kroko-Insel, ja. Okay, jetzt geht's weiter. Wie heißt dein Freund, der Schwertfisch? Oh, äh. Seckfried. Seckfried. Okay, jetzt geht's weiter. Wie viele Globen befinden sich in den Regalen der Gong-Schule? 69. 69? Ja, weiß ich gar nicht, wie nicht hochgastet. Sack 2. Warum sollten die 2 haben? Wir sind Affen. Super gemacht! Hier ist der vollverdiente Preis. Boah, treppet hier. Boah, hier, Skill ausgeplugt. Genau, direkt hier am Anfang. Ihr wart einfach großartig. Ich weiß, danke. Danke, Glitzerzähnchen. Ja, und jetzt geht's, wenn wir... Wenn ich's jetzt mal hinkriege... Hallo! Ja, der Bumper will nicht so. Hast du gut gemacht. Ja, Knopf will nicht, Bumper will nicht auf den neuen Controller. Alles geht hier nicht. Ich lass dich nicht zu mir kommen. Wald des Rapids, genau. Da gehen wir jetzt rein. Ich hab einen eigenen Wald hier, Mann. Ja. Ach, da war ich wohl vorher bei Taco Bell, ey. Ach Gott, ey. Wir sind hier in deinem Badezimmer, ey. Oder unter meiner Bettdecke. Boah, in deinen Socken sind wir in deinem Schlupfer. So, jetzt ist aber gut hier. In der Schublade der Socken-Geschichte. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Nein! Hallo! Ey, das ist meine Privatsachen, du Sau. Ja, Richard, hallo. Ich hab keinen Überblick in diesem Kacklevel grad. Ich hab Angst. Oh mein Gott, er ist grün! Ja, von dem Gestank. Wir haben sein Auf... Wir haben sein... Verfallsdatum ist abgelaufen, so. Wahrscheinlich. Ich trau mich... Nicht runterspringen. Nicht in den Suizid hier. Ah! Aua! Ich sag's noch, ne? Ja, aber... Ah! Da war was. Ist mir egal. Fuck! Scheiß, ey. Hey, du stirbst jetzt nicht echt an so einer dicken Ratte, oder? Bist du an der Kanonenkugel gestorben? Nein, in diesem Part noch nicht. Okay, danke. Ah, danke schön für diese Information. Ah, schade. Hallo, die spawnen auch wie sie wollen hier. Was ist denn das hier? Oh Gott. Wir sind doch nicht bei Donkey Kong. Hätte ich gel... Was? Natürlich sind wir bei Donkey Kong. Nein. Das ist ein... Oh! Der ist ja finster. Ja, die sind ein bisschen schneller. Oh Gott. Wir machen meine Synapsen nicht mit, doch. Hier, die hat sich voll angeschleicht, die Ratte. Siehste? Siehste? Oh, die alte Dreckskanüle, ey. Siehste? Da unten ist was, oder? Ja, hab ich doch gesagt. Da hast du ja wieder gesagt... Oh, oh! Links, links, links. Nein! Doch. Ja, und dann? Machen, machen, Rad und springen. Okay. Hast du gut gemacht, Teddy. Ja, du hast es nicht richtig gemacht, so. Ach so, ich hab's falsch umgesetzt. Ja, du hast es... Genau, genau. Weißt ja, was... Weißt du, was ich hör? Die schöne Musik. Bla, 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 Bullshit, Allah. Bullshit. Bullshit. Daher kommt der ganze Dampf, ey. Soll schmeißen wir den Blödsinn erstmal. Das ist deine heiße Luft wieder. Vom Skill. Was irgendwo einen Leckmann freut. Die hat dir in diversen Levels schon zum Aufstieg verholfen. Ja, 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 ja! Oh, oh, oh. Jetzt haben wir erstmal fix sie hoch. So. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und hierzu... Ich finde keine Worte. Ne Speichermünze, yeah, yeah. Speichermünze. Ne Speichermünze. Ratte. Ah. So. Ah. Einmal ein bisschen komisch... Schwingelmeiß dich einfach da hoch, kann man... Ja, das schaffen wir. Schmeiß mich einfach da hoch. Ja, warte. Schmeiß mich da hoch. Geht doch. Das klappt. Natürlich hat es geklappt. Und jetzt schwängeln bis zum Ende des Levels Was ist hier unten? Ein TNT Freak Ey was das war ja jetzt... Bonus ey das war ja jetzt wieder rotzefreche was ist hier los? Das ist kurter Bitte? Du wolltest es selbst grad sagen Nein, die dicke Tee, klar. Doch, du hast sonst gesagt. Nein, das war mein Mikrofon, das hier so rumgeknatscht hat. Ja. Ist so. Mhm. Ist so. Ich würde sowas nie sagen, weil ich voll anständig bin. Da musst du kichern, wenn du sowas sagst. Ja. So. Aus dem Weg hier. Donkey Kong Country Shooter. Ich würde echt mal interessieren, wir müssen mal so eine Umfrage machen. Wenn wir jetzt unsere Zuschauer an einem Tag, dann müssen die schreiben, wir benutzen Wörter wie Sex, Penis, Brüste, Vagina. Und dann, ob sie dann gelacht haben oder nicht. Dann können wir uns unsere Altersgruppe vielleicht definieren. Die haben alle geweint. Oder diverse andere Dinge definieren. Die haben nur so mal so. Ich schäme mich dafür. Ach, der Rabbit, haben sie da gesagt. Das kann ich mir schon so denken. Ach, ne, der Rabbit, ey. Ach, der Rabbit, oah, der Rabbit. Der alte Schelm, ey, der Skill Bolzen. Ja, komm, jetzt mach doch mal hier. Hallo, Step by Step hier. Step by Step, du darfst das Spezial-Level mit das Spinnen machen. Ja, guck mal, ich gehe nämlich hoch hinaus hier. Mhm, du weißt, wie es mit dem Fall und so ist dann. Ja, je höher, desto höher. Oh, oh, oh. Müssen wir hier hin? Keine Ahnung, Fall. Oh, no. Oh, Halbzeit fast. Ja, guck mal. Ja, der Handy hat's wieder voll drauf hier. Ja, hätte ich dir nicht gesagt, spring da runter. Ja, da... Und du hörst sogar mal auf mich. Wenn du das sagst, dann mach ich das meistens sowieso nicht. Ja, weil das endet nur in Tod. Träbzerfässer. Ja, komm. Das hast du ja selber nicht geglaubt. Ja. Ja. Ich glaub mir oft Sachen nicht, aber trotzdem funktioniert's. So. Ähm, ja, das panische Kreischen, das unterstützt die... Ja. Also die wohlbekannten Skill-Geräusche? Ja, genau. Ah! Nein. So. Äh. 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 Nicht zu weit. Nein. Dass du nicht da... Äh. Äh. Pff. Äh. 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 Was denn? Muss ich nach unten? Das Level ist zu Ende. Ja. Ja. Piu. Aus dem Weg hier. So, immer schön weiter. Mach das Level grad mal fertig. Ich hab auf das keinen Bock. Hahaha. Jetzt kommt er mir hier mit so'n Scheiß an. So, ich hab... Schön gemacht. Ja, natürlich. Mein Skill hat wieder zugeschlagen hier. Irgendwann muss da auch mal was bei rumkommen, oder? Ja, sicher. So. Ich mein, du hast ja jetzt so eine... Du hast ja... Die... Die Flugbahn von Kanonenkugeln... Was? Oh mein God. Ja, ich bin oben gegen die Decke gekommen. Das konnte ich doch nicht berechnet, ey. Äh. Äh. Die Flugbahn von Kanonenkugeln hat er berechnet. Und dann störe ich den Kopf an den Deckel. Ja, jetzt hast du das böse Wort schon wieder gesagt. Das... 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 Das hast du davon von, äh... Jetzt muss ich mal was trinken. So, wie geht denn das nochmal? Oh mein Gott. Wie kann ich denn springen und drauf landen? Mit den beiden Schultertasten. Was? Ah. Ja... Ach so. Ach so. War da auch nicht so gut. Ja, musst du direkt machen. Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Zu mir sagt er, beeil dich hier. Siehste, ich bleib nicht an der Decke hängen. Haha. Ja, jetzt auch nicht. Gleich aber. Nice. Ich muss mal erst noch einen halben Kilometer spielen wahrscheinlich. Ja, klar. Da siehst du mal, wie gut ich mir vorlege. Ja, ey komm. Triple Kill. So, jetzt bin ich mal gespannt. Worauf? Ja, wie du dich hier schlägst. Mh. Mh. Wie geil hast du? Mh. 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 Ja, ist klar. Was machst du denn da wieder, ey? Jetzt muss ich hier wieder alles retten. Alles retten. So, dann machen wir das mal eben hier fix. Gott, hast du einen fetten Arsch, ey. Ja, sicher, ich bin ein dicke Tegler. Was ist da los? Nennen sie mal ihren richtigen Namen. Äh, weiß ich gerade nicht. Müssen wir mal Akisumio fragen, oder so. Sie weiß das bestimmt. Ja, ist doch bestimmt dicke Tegler. Ich glaube, auf dicke Tegler hat sie schlimmer reagiert, als auf das, was ich gesagt habe. Was hast du denn gesagt? Äh, Twitter? Twitter? Nein! Aua! Schieß doch die Dinger ab, anstatt drum rumzuspringen. Schreib dich nicht an! Ach, der Handy und Shooter. So etwas hat Dead Space unmöglich gespielt. Ja, das kann ich auch. Ja, offensichtlich ja nicht. Hallo, das ist was ganz anderes hier in diesem, dein Stück war, äh, Rauch und Qualm. Das ist genau dasselbe wie Red Space, das hier. Oh, 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 oh. Mhm. Genau dasselbe. Die Panik ist die gleiche. Ja, wir schießen zwar immer Fässer hoch. Oh, oh. Zum Isaac, aber trotzdem nicht. Ah, 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 ah. Das ist ein bisschen schwieriger. So. Pew, 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 oh, oh, oh. Schaff das jetzt. Au, 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 ja. Oh Mann, ey, ich komme nicht rechtzeitig auf diese scheiß Netze. Ups. Ja, ist es dann wahr. Pew, pew, pew. Pew, 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 pew. Päff, päff. Pämm, pämm, pämm. Puff, 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 puff. Ja, das wollte ich auch machen. Was? Puff, 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 puff? Nein, da so durchschlawinern. Achso, ja. Nicht jeder kann das halt. Ja, ich weiß. Du kannst ja von mir noch ein bisschen was lernen. Ja, so ein bisschen. Wie man immer das Game crasht und so. Ja, etwas muss man ja wohl können, oder? Immer, immer nur Zerstörung fahren. Jeder hat seine Profession. Meine ist die Zerstörung. Ja, das ist sehr, sehr vorteilhaft, glaube ich. Boah, volle Ganonenkugelkill. Das war die Rache. Oh, jetzt sieh aber zu, dass du da unten nicht wieder in eine Schlucht fällst. Mach doch mal was richtig hier. So ein Sackgesicht. Boah. In your face, ey. In your face, ey. Ja. Ja, grüßt der Todesspin. Auf und bopp ist, ey. Äh. So, jetzt sieh zu. Nein, du sauergesicht, geh weg jetzt. Ey, die kommen aber auch direkt in your face, ey. Die wollen mich, ey. Ich folge diesem Fall nicht. Ja, der labert nur. Oh, 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 oh. So. Okay, ich komm nicht mehr mit. Vielleicht sagt er hier DK-Münze. Ist mir gerade egal, das kann Kizumiho klarstellen. Ist das Boden da unten? Ja. Boah, das ist ein Cheater. Guck mal, voll der Rapid macht der da, ey. Aber warum macht der denn so lang, Arsch, ey? Pew, 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 pew. Ich hab gelesen, wenn man 500 Mal auf die rote Biene schießt, ist sie tot. Ah, ha, ha. Wo hast du das drin gelesen? Weiß nicht, das war irgend so ein Head Benjamin Troll-Post. Wo das denn? So was würde ich nie schreiben. Ach, Mann, ey, warum muss ich so was machen? Das ist voll... Ich mach nur seriöse Posts. Voll anfordernd, das hier. Kann ich da rüberlaufen? Ach, nein. Ey, du Nuss. Hätte ja wohl passen können. Ich meine, die hat mega Füße turnschuhmäßig an und so. Oh, ey, da macht er solche Spielchen hier, wenn es um Helm und Tod geht. Ja, Spielchen. Ich hatte kein... Ach, Mann. Ich hatte keine Wahl. Ja. Ich hab dich gezwungen. Hätt ihr halt gesagt, ich soll. Hab ich überhaupt nicht. So was würde ich nie tun. Das müsste man einfach glauben. Mann, ey, da kann er die Spinne besser kontrollieren als ich und kommt nicht mal so weit. Ja, das ist... Das muss man erst mal hinkriegen. Besser... Besser... Better control. Ja, besser kontrollieren. Better play. Hä? Was mach ich denn da? Oh, der ist ein bisschen weiter. Komm. Machst du spannend. Achtung, dein Netz. Ja, ja. Warum verpisst sich das denn so schnell? Das ist der Spannungsfaktor. Ja, ja. Das ist aber echt ein Faktor, ey. Scheiße. Bitte? 60 Bananen. Wolltest du wieder, dass ich sterbe? Nö. Ich wollte nur 69 anmerken, bevor es 71 waren. Ach so. Ach. Ach so, wir müssen da hoch. Ja, es ist doch nicht... Oh mein Gott. Ey, dieses Judas-Netz, weißt du? Hahaha. 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 Gott fucking damn. Mannes! Ist das so gut, ist das so gut, ey. Das ist doch der beste Film, den man gucken kann. Ja, übelste Film. Ey, hier müssen wir, wenn man blind guckt, sage ich jetzt mal, blind guckt, ja. Also, wir können mal übelstes Trinkspiel draus machen. Sterben sie jetzt an der Stelle? Oder sterben sie nicht an der Stelle? Das ist generell ein gutes Trinkspiel. Oder wenn das Wort Skill fällt oder so. Ähm, okay, hat uns geklappt. Oder der Rapid. Ja, ja, ja. Der fällt ja immer häufig. Aaaaaaah. Aha. So wie das Wort. Aaaaaaah. Oh ja, das war jetzt sau lustig. Du hörst mich lachen. Ja, ja. Du bist jetzt hier gerade nur in vollster Konstellation. Ich bin halt gut. Schaffe ich den Sprung? Ja, guck mal, keiner sagt was. Da hört sogar hier das Spiel auf mit dem... Ich dachte, das Netz verschwindet. Du sollst nicht denken. Hör auf zum Maul, ey. Mach jetzt mal das Level fertig. Ich mach das jetzt. Mach jetzt mal so weit wie ich. Ja, sicher das. Warst du noch nicht mal bei roten Bienen? Doch sicher. Was du bisher gesehen hast, war der rote Arsch von der Spinne, wie er in die Schlucht fällt. Ja, klar. So, aus dem Weg jetzt hier. Skillgranate 5000 hier. Leute, die ich falsch verstehen, wir können uns trotzdem noch grad so leiden. Wir haben nur beruflich hier noch miteinander zu tun, hier, von der Let's Play. Ich nehme direkt hier eine Spinnenseite in der Fresse. Oh, direkt die Faust provozieren. Spring doch nicht, wieso springst du? Ich weiß es nicht. Der A-Knopf wurde... Nicht springen, schießen. Ja, guck mal, hier voll der Skilomat. Der Skilomat, ey. Der Lakomat 3000. Limpthuhlenkornfindung. Ja. Ey, der hat voll den Sheet gemacht. So, zack. Das ist doch auch, ey, beschwere dich nicht. Ich scheete nicht. Aladdin 2. Nein. Doch. Das ist von dem Spiel so vorgegeben. Dann mach du ein Let's Play mit Aladdin. Nein, das ist nicht. Wenn man das nicht weiß, wo das Tuch ist, dann ist das Spiel nämlich viel schwerer. Ja, wusste ich doch auch nicht, aber ich erkunde halt. Ohne das Tuch sind nämlich diese Sprungpassagen, ergeben nämlich ersten und dann Pfosten und so weiter Sinn. Weil man dann da drauf springen muss. Um die ganze Level zu beenden. Ja. Egal. Ja, ich werde das eines Tages ohne Tuch Let's Playen. Ja, darauf warte ich. Kein Problem. Hab ich früher als Kind schon gemacht. Dass dieser Tag bald kommen mag. Bald kommen mag. Ich muss erstmal hier ein anderes Wunsch Let's Play abarbeiten. Ach ja. Nicht so weit, schießen. Alte Drama Queen, ey. Ja, da kommt der Hex. Hex Benjamin kommt dann zum Vorschein. Hex Benjamin. Achtung, denk an die Kanonenkugeln. Ja, ja. Ja, ja, Papa macht da schon Wupp weg. Ach ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Du bist fast so weit wie ich gekommen. Ja, wart's mal ab hier. Naja, ich gucke zu. Ich bin sehr gespannt. Ja, du guckst nur zu. Ich war ja schon nur so weit, ne? Ja, das ist anstrengend. Das war jetzt nicht so gesund. Doch. Ähm. Oh, oh. Oh, mach doch mal Netz. Alter. Oh mein Gott, diese Spielweise. Was denn? Ruizidal. Ich spiel immer so. Ja. In die andere Richtung, sollst du sagen. Die Banale. Ich will aber nicht. Achtung. Krippe Kremlins. Schieß sie doch ab. Banale Netzinjektion. Und so, was geht hier oben? Oh, Spannsangspann. Oh nein. Ich habe nichts gesagt. Ich habe Schwengelfechten gespielt. Ich habe einen Kommentar dazu. Schwengelfechten. Sag mal, wie weit lang geht das denn noch hier? Ich habe keine Netze mehr. Der Arsch ist aber noch fett. Oh, oh, oh. Spring einfach drauf. Digger. Spring einfach drauf. Boah, warte mal. Jetzt. Wow. Du Baskin-Head Benjamin. Voll die Präzision. Und per rektes Timing. Voll der coole Typ. Bitte was? Hätte ich nicht gesagt, dass du schießen sollst. Wow. Dann wäre das schief gegangen. Na, da stimmt er mir zu. Ihr habt es alle gehört. Spann. Und auf Wiedersehen.